was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen world's finest gamer am start und in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr legal in gta online 52.000 dollar bekommen können und das in circa zwei minuten das ganze ist wirklich mega einfach und funktioniert mit dem aktuellen zeitrennen welches den namen sägewerk hat dieses zeitrennen findet ihr in blain country beim sägewerk und dieses zeitrennen ist noch bis montagmorgen um 7 uhr in gta online verfügbar dieses zeitrennen ist wirklich das leichteste zeitrennen welches es in gta online gibt und dieses solltet ihr ohne probleme mit einer partie oder mit der hakushu schaffen ich habe das ganze jedenfalls beim ersten versuch geschafft und muss ehrlich sagen ich habe jetzt nicht irgendwie geschwitzt dass ich es schaffe sondern ich habe das ganze einfach ganz chillig gefahren der start befindet sich wie gesagt beim sägewerk in blain country und das ziel befindet sich im davis steinbruch und ihr müsst halt beim davis steinbruch ankommen in unter zwei minuten und 15 sekunden der schwierigste teil des rennens ist wohl der anfang und zwar müsst ihr es dort ziemlich schnell und ohne irgendwo gegen zu fahren auf die zugschienen schaffen und wenn ihr dort angekommen seid könnt ihr jetzt dort fast das halbe rennen bleiben das heißt ihr folgt einfach den zug schienen bis ihr auf der höhe des flugplatzes in sandy shores seid und dann brettert ihr einfach querfeld ein nach rechts in richtung des flugplatzes das einzige auf das ihr achten solltet ist dass gerade kein zug kommt denn sonst könnt ihr das zeit rennen direkt wieder von vorne starten außerdem solltet ihr die ganze zeit auf den schienen und beim flugplatz einen wheelie ziehen denn dann seid ihr deutlich schneller unterwegs und mit gegenverkehr müsst ihr hier an dieser stelle eh nicht rechnen gegenverkehr wird nämlich erst kommen wenn ihr den flugplatz verlassen habt und wenn ihr auf den letzten metern des zeit rennen zeit aber ich denke mal wenn ihr hier einfach vorsichtig fahrt dann dürftet ihr das zeit rennen ohne probleme schaffen und schon seid ihr um 52.000 dollar reicher ich bin das ganze rennen wie schon gesagt recht chillig gefahren und hatte am ende noch circa zehn sekunden zeit übrig und von daher denke ich mal dass ihr das auch ohne probleme schaffen werdet abschließend solltet ihr noch wissen dass rockstar games eine kleine änderung bei den zeit rennen vorgenommen hat und zwar könnt ihr nun auch ein zeit rennen starten wenn ihr alleine in einer lobby seid und von daher müsst ihr jetzt nicht mehr zwingend in einer öffentlichen lobby sein um ein zeit rennen fahren zu können so leute ich bin jetzt nun mal raus wenn euch das video gefallen hat lasst mir auf jeden fall ein like da und wenn du neu auf meinem kanal bist dann abonniere mich doch kostenlos denn dann verpasst du in zukunft keinen krassen glitsch mehr in gta online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut rein und ciao